Aloha, servus und moin moin aus Herzlake, ihr Lieben. Mein Name ist Younes, euer EWE Smartgeber. Vorbei sind sie, die Zeiten des langsamen Internets. Highspeed ist angesagt und zwar in Form von Glasfaser. EWE treibt den Ausbau immer weiter voran. Ja und wie es so ausschaut, einen Glasfaseranschluss nach Hause zu bekommen, das schauen wir uns jetzt an. Bei einem normalen DSL-Anschluss kommen die Daten als elektrische Signale über ein Kupferkabel zu euch nach Hause. Das ist aber nicht wirklich schnell. Je länger ein Kupferkabel ist, desto weniger kommt am Ende bei euch an. Wenn bereits bis zum Verteilerkasten Glasfaser gelegt wurde, dann spricht man von VDSL und das ist schon mal deutlich besser. Das ist nicht die schnellste Verbindung. Ihr müsst bedenken, dass ab hier vom Verteilerkasten bis zum Haus immer noch Kupferkabel liegen. Nichts ist schneller als Licht und Lichtsignale kommen nur über Glasfaser. Und damit habt ihr bis zu 1 Gigabit pro Sekunde. Es muss also ein Glasfaserhausanschluss her. Das nennt man dann FTTH, Fiber to the Home. Ist euer Wohngebiet ans Glasfasernetz angeschlossen, dann muss nur noch eine Leitung zu eurem Haus gelegt werden. Ja und im Optimalfall wird der Vorgarten auch verschont. Gemeinsam mit EWE checkt ihr dann noch, wo der Anschluss hin soll. Diese Planung wird dann weitergeleitet an eine Tiefbohrfirma und diese setzt das Ganze dann um. Ja und hier sind die Arbeiten schon voll im Gange. Im einfachsten Fall brauchen wir zwei Löcher. Eins hier am Straßenrand und eins am Haus. Wie es jetzt weitergeht, das erklärt uns Jürgen. Moin Jürgen. Moin. Hi. Erklär doch mal ganz kurz bitte, wie so eine Glasfaserverlegung überhaupt funktioniert. Ja, also wir verlegen ein Leerrohr von der Straße bis zum Haus. Die Verlegung machen wir in der Regel mit der Erdrakete. Das Ding da? Ja, genau. Zeig mal her. Apparatding. Oh, das ist ja ein Gelönt, ne? Ja. Da kriegt man ganz schön Muckis von. Und da bleibt wirklich der Garten heile, ja? Ja. Da schießen wir mit unterm Rasen drunter her oder unter dem Beet. Okay. Ja und wenn Wurzeln oder sowas im Weg sind, dann nehmen wir ein Spülbohrverfahren. Und in den schlimmsten Fällen muss in der Mitte vielleicht nochmal ein Loch aufgemacht werden oder so. Aber das ist eher die Seltenheit. Alles klar. Dann würde ich sagen, auf geht's, ne? Ja, dann machen wir los. Auf geht's. So Jürgen, jetzt sind wir im Keller. Was passiert jetzt? Ja, jetzt geht's weiter. Wir bohren das Loch da durch und das wird ein bisschen lauter. Okay. Deswegen kannst du am besten eben rausgehen. Mach ich. So. Und jetzt werden wir die ganze Sache noch gas- und wasserdicht machen. Jetzt warten wir noch in 10 Minuten, dann ist die ganze Sache ausgehärtet und dann schieben wir gleich das Leer hoch rein. Alles klar. EWE hat schon richtig gute Vorarbeit geleistet und alles berücksichtigt, was man braucht für den Glasfaserausbau. Ja und deswegen kann man aus diesem Verteilerkasten das Glasfaserkabel durch das Leerrohr wirklich bis zum Haus blasen. Mega krass. Ist angeblich ganz simpel. Jürgen, ich würde sagen, los geht's. Zu guter Letzt werden das Netzanschlussgerät und der Router angeschlossen und schon kann's losgehen. Rasant ging er um, der Highspeed-Tag. Vielen Dank erstmal an dich Jürgen und natürlich an das Team von der Firma Sandmann, dass wir mal zuschauen durften, weil ja so ein bisschen mitgenommen wurden in die Welt der Glasfaserkabel. Fand ich sehr, sehr spannend. Hier die Ecke finde ich extrem cool gelungen. Also die sieht ja fast besser aus als vorher noch. Auch da einen Daumen hoch. Und wenn ihr mehr Infos braucht rund um das Thema Glasfaser, gar kein Problem. Den Link findet ihr in der Infokarte. Ja und wir beide finden die Sonne gut und gehen deswegen jetzt noch ein bisschen chill. Tschüss ihr Lieben. Euer Younes. Bis bald.